Die Affen zum Beispiel trampen jeden Außenseiter als Gemeinschaftsfremdtod. Und was für die Affen gilt, muss doch in erhöhtem Maße für den Menschen gelten. Himmler hat in Lübeck den Westmächten ein Kapitulationsangebot gemacht. Bei den Grafen Bernadotte. Der englische Rundfunk berichtet das. Himmler. Unter all ausgerechnet Himmler. Getreuste der Treue. Das ist der schlimmste Verrat von allen. Goring, ja. Er war korrupt, immer schon. Speyer, ja. Ein weltfremder, unbereichenbarer Günstler. All die anderen, ja, 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 ja. Aber Himmler. Ja, ist der Welt wahnsinnig geworden. Um sich zu autorisieren, behauptet er, ich werde krank. Ja, vielleicht schon dort! Bitte. Lassen Sie mich mit Ritter von Greim und Fräulein Retscherlein.